Ich bin tot, wenn ich runtergehe. Na jetzt werden alle pushen Das sieht gar nicht gut aus Oh Haha Selbst dumm Einfach 1 gegen 5 Wer braucht schon Mates Komischen Test ist ja, weil ich schwörs euch Jürgen, was ist das? Es gibt auch keinen zweiten Teil Mario Strikers Okay Das Spiel habe ich noch nie gehört 2 gegen 0 What the fuck What the fuck Okay, und jetzt? Hä, wir haben keine Gegner Haha Wir haben einfach keine Gegner Es ist 2 gegen 0 Haben wir jetzt gewonnen, wenn die sich töten? Perfekt Perfekt Hä? Wir haben die Runde verloren, obwohl wir gewonnen haben Okay, nice, I guess Oh nein, man kann damit nicht sprinten Vergesse ich jetzt was Das sieht gar nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus Wie wird sie facken wegreiten? Hör mich zu drohen Ich will sie die nächste Runde Wie wird es okay, wenn ich sie die nächste Runde entnehmen? Was machen? Was machen? Scheiße Der Diffuser hat geholfen Ey, dass er nach unten brennt und mich zu viert Ich spiele einfach nur wegen den Schildern Warum sieht das viel schöner aus als vorher? Echt so, ne? Ja, sieht richtig schön aus Guck mal, man kann schon wieder andere platzieren jetzt Wow Ey, ich bin jetzt über tot Seit wann kann man nicht mehr Seit wann kann man nicht mehr weglaufen Ich kam mit Dima in einer Lobby Und er hat sich direkt hochgesprengt Oh man, ich darf nicht mehr weglaufen Oh man Junge Das ist aber macht Spaß Jetzt gehts Jetzt noch eins Ha Oh mein Gott Was ist das denn? Ey, wo ist der Typ hin? Hier ist ein kleiner Schlitz, ey, man kann da durchgucken Ey, ist hinter uns Unfair Aufgegeben Wow Vielleicht brauchen wir einen Jäger Vielleicht brauchen wir einen Jäger Vielleicht brauchen wir einen Jäger Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott 2 Was ist das? Ei 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 chill Schockdrücken 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 Oh mein Gott, das ist Warden Warden als Gegner Kann man hier noch planen? Cool Cool Nooo Man hat Warden nicht einfach durch die Smoke geguckt Dieses Schild Ich wollte ja gar kein Schild dran platzieren Dankeschön Dankeschön Die Tür aufgemacht hast Ich sehe nichts, duidiot Ich sehe nichts, duidiot Mira gegen, ey Leute, Mira gegen Mira Warum höre ich eine Cam aber sehe die nicht So der Fusor ist nicht mehr in eurem Aaaaah, die Grunder Station hat mich geild Nooo Habt ihr gesehen Leute Die Kona Station hat mich hochgehealt Und ich habe dann mit 16 AP den den Fight gewonnen Es ist 5 nach 2 War das der Hedge? Oh mein Gott Oh mein Gott, da ist eine Kalis Aus dem Dach hinten Ich bin nicht Oh ein Glas Ich habe Bock Es ist noch einer im Fenster, es ist noch einer, es ist noch einer. Einer ist auf dem Balkany. Das ist nicht euer scheiß Ernst oder? Oh Gott, oh Gott, der Kill war irgendwie komisch. Ich finde es nice, dass du nicht mehr von einem Skylight hier runter gehören kannst. Okay, du kannst immer noch hier gucken. Oh nein. Jetzt werden die Leute immer dahin gucken. Aber du kannst nicht mehr von hier dahin gucken. Das ist geil. Er hat einen One-Liner. Wow, das ist einer. Hab ich ihn gefickt. Hey, die sind doch oben. Oben war ein Extreme Frost. Okay. Digga, er macht dieses Spiel. Idiot. Hör auf, es wird spüren. Oh, das ist eine crazye- Möbel. Bis zum nächsten Mal.